P-Switch, na super. Geht der Bug? Ach ja, nein, ich hab ihn! Oh, cool. Das Spiel ist echt grandios. Okay. Oh nein. So. Oh Gott, dieser riesige Biber oder was auch immer es war. Ähm, jetzt wird das Item wirklich nicht schlecht. P-Switch bräuchte ich hier. Aber hä? Den hab ich echt keine Lust zu aktivieren, weil der mir echt nicht viel bringt. Oh Gott, Giftpils. Nein, ich hab doch gedrückt! Mein Gott. Wenigstens kommt nichts aus der Lava raus. Nein, weg hier! Oh Gott. Oh Gott. Oha. Nein! Wow, das war knapp. Nein, dich hasse ich. Oha. Ah! Das ist machbar. So, jetzt muss das ja noch zugehen. Ah Gott. Nein! Noten! Ah Gott, nein! Schnapp es dir! Okay. So mach ich's jetzt. Okay, aber bevor ich zu weit weg spring... Oh Mann. Ja, nehm ich. Und jetzt? Gott. Scheiße. Ja, was für eine aggressive Fledermaus. Gott. Oh Mann. Ja, jetzt überlebe ich's nicht. Gott, 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 Gott. Nimm es dir! Nimm es! Oh, fick dich doch! Ach. Nun gut, nun gut, nun gut. Gut, was bringt Joshi nochmal? Drei Münzen, oder was? Ach, ist das ne rote Münze? Okay. Oh, oh. Gott, ich hab doch Drehsprung gemacht! Okay. Oh nein, ich wollte dich zur Sicherheit mitnehmen. So. Ach komm. Das Leben brauch ich nicht. Gut. Der wär nicht schlecht, jetzt hier dabei zu haben. Ach, ficken! Hä? Hä? Warum habt ihr jetzt zu spät angegriffen? Gott. Was für ein blutrinsteres Monster. Und wird mich der Koopa jetzt vor dir beschützen? Gott, fick dich! Okay. So. Okay. Oh, die scheiß Fische. Die hasse ich wirklich. Oh Mann, wieso hole ich den Giftpilz immer und immer wieder? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt hätte ich wenigstens ne Feuerblume haben können, aber nein. Das wär ja jetzt zu viel ja gewesen. Oh Gott! Wieso hat der Typ ne Sonnenbrille an? Wie! Wow! Oh! Moment! Ah komm, es bringt mir ja nichts! Ach komm! Ficken! 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 Leben ist wichtiger als Gruppe. Komm. Ja, und ja, ich kriege ihn natürlich nicht. Nein, jetzt wird's schwer. Gott. Okay. Oha. Zack. Okay. Ja, endlich! Gott, Gott, Gott. Es ist geschafft. Und ja. Ich glaube, es war's für heute. Mal schauen, ob die Festplatte das alles überhaupt mitmacht. Dass Forgotten Sands aufgenommen wurde. Dass aufgenommen wurde. Und noch alles verarbeitet wird. Also. Das nächste Mal geht's hier weiter in dieser Warp-Pipe. Oder ich mach Subcon Panic von 9. Kommt drauf an. Ja, ich glaube, ich war Subcon Panic, Mann. Das war's von mir. Euer Kyle 07. Das war's von mir. Vielen Dank.